Hallo und herzlich willkommen zur 273. Folge Company of Heroes 2 Multiplayer. Wir spielen zusammen mit Tickle Me Peasant 2x2 Sowjets und ja, spielen gegen Rallon und ja, Steric oder so. Und ich hoffe einfach mal, dass das mal was wird hier und ich denke mal, wir sollten quasi ähnlich spielen wie beim letzten Spiel, auch wenn wir da verloren haben sollten mit den Sowjets. Aber ich denke, das ist gar nicht so schlecht mit den Mörsern. Die sind doch recht stark von denen. Hm, ja, vielleicht mal gucken, dass man zusammen mit ihm dann ein bisschen läuft. Bin mir noch nicht ganz sicher. Dann sollten wir mal lieber so laufen. Über die Flonkohren. So. Dann werden wir mal so teuer hin. Tja, viel machen kann man ja im Moment nicht. Bauen sollten wir nicht. Also Treibstoff oder so. Kommt glaube ich nicht ganz so gut. Also wir werden auf jeden Fall gucken, dass wir jetzt nächstes noch einen Routentrop drauf kriegen, glaube ich. Ja, doch. Routentrop. Einfach noch ein bisschen Firepower hier zu haben. Worte jetzt auch nicht so viel. Oh ja. Da haben sie schon was zu tun. Oder hätten sie, wenn sie schon da wären. So, wir gruten Druck. Na. Und den mal helfen. Wäre so gut. Leute, wir müssen diese Stille sichern. Genau richtig. Ah, das kriegen wir auch noch hin. Dann hebeln wir den gleich mal aus. Geben den mit. Ich muss noch mal ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Äh. Voll erwischt. Ich werde meine Claudia nie... Unterwäschlicher Tor. Bereit zum schnellen Einsatz. Wir wurden nach hinten befohlen. Verloren. Oder werden wir gar nicht bekommen. Weil wir die hier auch gar nicht wirklich haben. Ich glaub mich grad, was er hier wirklich... Oh golla. Treibt. Mörser bereit für Befehle. Wir möchten hier mal irgendwie... Sport. Genau. Ohne Sicht können wir da nicht viel tun. Verscheidert wird es keine Entschuldigung geben. So. Das sind jetzt ziemlich ordentlich Mörser. Ihr Genosses. Ich bin Herr Römer, das erweitert und erledigt. Mörser haben Sie für uns. Das Scharfschützen. Ist das grad richtig gesehen? Bin mir grad nicht sicher. Das ist nicht so gesund. Ihr macht hier hoffentlich noch. Ja. Die machen noch. Das ist gut. Okay. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht, ob wir Kontrolle kriegen können. Das ist hier gerade nicht. Oh. Noch ein bisschen dafür. Sauber. Aufzuschießen. Das braucht ihr gar nicht schießen. Oh. Oh oh. Nein, 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 nein. Bewegt euch mal lieber. Jungs. Ihr sollt euch bewegen. Immer noch. Das war zügig. Hier drüben geht auch schon die Action in Anführungsstrichen. Ich glaub, der weiß gar nicht, dass man da rüber kann. Das ist jetzt aber auch erstmal nicht so toll. Wir müssen jetzt echt gucken, dass wir hier irgendwie wieder auf eine gerade Strecke kommen. Gerade Strecke, ja. Grünast. Das wäre eher das richtige. Das wäre eher das Richtige. Super. Okay, das ist nicht so nett. Vielleicht weiß das doch, dass man darüber kann. Hm, dann hätten wir jetzt einen Flamer. Naja, wir lenken jetzt einfach so lange es irgendwie möglich ist ab. Oh, oh. Oh, das ist doch nett. Hier ist nämlich doch nichts mehr. Können wir mal Stoßtruppen da unten hinschicken. Können wir mal abhauen. Unnötig verlieren ist ja auch kratschig. Jetzt sind wir erstmal komplett vom Feld runter. Ähm, sichern das Territorium. Macht keinen Scheiß hier. Verdammt. Okay, haut ab. Besser ist das. Besser ist das. So, wo sind denn die Stoßtruppen? Immer noch nicht da. Auch noch. Oh. Ja, wir sind aber schon immer so weit. Das ist gut. Stoßtruppen erwarten Einsatzbefehl. Schützen. Was gibt es? Wir marschieren in den Kampf. Dann wollen wir doch mal gucken. Dann müssen wir aber auch langsam mal gucken, dass wir hier die Antitanksachen uns organisieren. So, pack. Sollen wir etwas bauen? Wir bauen mal eine Pack. Ja. Versorgungssektor wird angegriffen. So, wollen wir mal gucken, wo wir da durchkommen. Nur da. Okay. So. Interessant. Werte Sache. Dass wir uns hier relativ frei bewegen dürfen. Können. Schauschützen nervt. Er nervt mich richtig. So. Können wir mal unsere Pack hier herholen. Na, komm. Das sind zu viele. Meine Fresse. Immer Sperrfeuer. Na. Das rechtzeitig noch kommt. Ich bin da noch nicht so sicher. Na, doch. Doch, doch. Das ist noch okay. Jui, jui, jui. Dieser Scharfschütze, ne? Schade. Schade. Mann, Mann, Mann. Da müssen wir jetzt mal gucken. Das ist jetzt... Das schießt er schon direkt. Der Sack. Okay. Ui, 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 ui. man müsste schon gerade gar nicht tun und jetzt müssen wir mal gucken dass wir uns jetzt hier durch prügeln was geht hier was ist denn da gerade wo sie die rauchgranate werfen sollten wir haben euch gesehen so nicht so nicht das hat aber wehgetan wir haben uns hier total festgebissen gerade jetzt kommt er hoch ob das so gut ist immer zu viel hier hängen hängen nämlich auch bunker und alles genau deswegen genau geschwiegen so ich denke ich jetzt mal richtig sperrfeuer wir brauchen unbedingt medics das wäre mal echt geil wo war denn ein mb jetzt gerade kurz einmal was ok da unten müssen wir hin wir sind sie voll nah dran eine haben wir aber schon yeah oh 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 ein 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 ich drauf gehen das wäre doof ja haben sich gerade fast gebissen okay aber wir mussten weg die sollten zumindest weg lass mir das erstmal Oh, da kommt ein Pansl Pansl, Pansl Ne? Ne? Wird so nix Das wird so nix Okay Ach, der kommt da alleine, klar Shit Alles nix so gut grad Wo denn der jetzt hin? Irgendwie da oben Da Wo ist der denn hin? Na? Da ist er Hopp, hopp, hopp Da ist er Mann Nehm ihn doch mal ins Visier Nein Das braucht Paka Naja Ja, ich hab das schon mitbekommen Ja, ich hab das schon mitbekommen Und ich krieg ihn grad nicht gepinnt Genau 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 das war das Problem Genau dieses war das Problem So Nimmst du mal bitte weiter Den Panzer aufs Korn Wäre dir sehr verbunden So, jetzt nochmal schwenken In die Säule waren Äh, ist sie weg Äh, was haben wir dann jetzt verloren? Oh, wir haben Stoßbruch verloren Passe Sache Wir haben das Feuer auf uns eröffnet Ah Müssen wir aufpassen hier Ja Hauen wir uns nochmal einen Druck nach Meine, eigentlich müssten wir schon lange eine Panzer drumhantieren Aber tun sie dann perfekt auch nicht Ei, 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 ei Die machen dann noch eine Mörser hier Wir müssen mal schnell nachkommen Fuck Boah, ist ja auch noch eins Das hab ich nicht gesehen Ne, wir werden gerade ganz schön zurückgeschossen Ich muss mal ja mal sagen, wie es ist Ui, 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 ui Ui, 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 ui Okay, also wir könnten uns jetzt einen Panzer holen Uuuu Bin mir gerade noch gar nicht so sicher, ob das gerade so schlau ist Beziehungsweise noch können wir es nicht, aber bald Müssen wir jetzt nur ein bisschen sparen So Wieder schön nach vorne Das hört sich noch ein Panzer an Auja Das ist ein Panzer, oder? Ui, 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 ui So Jetzt müssen wir mal ein bisschen vorsichtig sein mit den Kruppen Das wird gerade nicht so viel nachrüsten müssen Das wäre super Jetzt haben sie hier Nachrüstepanzer Sollte man mal eben schnell weg machen Der nervt nämlich extremst Genau der Ja Ja, komm, hopp, hopp Wir haben 200 Punkte übrig Na, Sonne Na Wann gehen wir hier Wann gehen wir hier Wann gehen wir hier? Wann gehen wir hier? Müssen wir jetzt ran? Da müssen wir jetzt ran Zack, zack, zack Zack, zack Zackig, zackig, zackig Dann legt euch mal Zackig Zackig, zackig, zackig So Bis auf hier Geht mal weiter Und hier auf So Das haben wir eigentlich ganz gut Ausgeteilt Aber noch nicht genug meiner Meinung nach Na Ich bin da eigentlich Ich höre das angehen Nix zum Nachrüsten Ist aber noch irgendwas in der Base Hab nach vorne Und hier Ganz schnell Wir müssen gerade erst mal Ganz schnell zusehen So ein bisschen hier Kontrolle über das Feld bekommen Ja, scheiß Reparatur und so Okay So, wir wollen nicht hier So Ja, wir wollen nicht hier So Haben die sich verzogen? Ja, die haben sich verzogen Sehr gut So Jetzt wollen wir noch mal gucken Hier Gar nicht irgendwie Was gegen machen kann Dann nehmen wir uns die mal mit Zack Zurück zu Borses Die Beuden Die Beuden Wir verlegen diese Kanone Wir haben nur noch keine Medics Naja Erstmal egal Wird wir allerdings Wenn er das hier einnehmen würde Bisschen überfordert Kann ich verstehen Sind wir auch ein bisschen Und der drückt mit ein Das ist gut Was bitte? Oh Keine Ahnung was das ist Also lieber weg hier Dann habe ich das Gefühl Dass sonst ein bisschen die Knete ausgeht Aber so an und für sich Sie sitzt jetzt gerade ganz gut aus So viel zum Nachrüsten hier Sollen wir etwas sprengen? Wir gehen Pioniere Holt euer Schießt Unsere Pioniere Hier ist eine Reparatur nötig Mal weiter in der Mitte wieder sammeln Wir suchen den Feind Hm Nur auf die Fettkonomen Wow Das hat ein Scharfschütz in die Luft gejagt Aber gerade eben noch ein Scharfschützer Okay Will er jetzt angreifen Dann sollten wir mal rüberkommen Und ihn hier ein paar spritzen Sind geschossen worden die Schweine Bisschen Zeit müsst ihr uns geben Dass wir nachholken können hier Die Jungs brauchen noch ein bisschen So Die jetzt nochmal wieder ran Die sind auch fit So Jungs Geht mal ran Ah ok Ich verstehe was da in Korn ist Da müssen wir aufpassen jetzt Da müssen wir jetzt echt aufpassen Ui 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 So das halten wir erstmal hier Die kommt dann mal eben hier runter Alle beide bitte Die nehmen das gerade noch ein So Mal eben ein Stück zurück Ah Kann ich da so rein rennen Ja genau deswegen Die Jungs brauchen nämlich noch ein bisschen Was brauchen wir eigentlich jetzt hier vorne schon mal gucken könnte Ob man irgendwie dann eine Tee baut oder so Guck mal hier Guck mal hier Guck mal hier Guck mal hier Sehr schönes Ding Das sind wir ganz gut aufgestellt Aua Das ist aber schon wieder dran Ja sehr schönes Ding Sehr schön Gehen Sie zurück zur Basis Ah Da braucht noch ein bisschen Da einer Was liegt denn da Panzerbüchse Ah Ah Die Korniere könnten damit was anfangen Aber im Moment nicht Was bitte Puh Mach mal Henne hier Ah Die haben ganz gut zufunden die Jungs Oh oh Jetzt wollen sie eine Offensive starten So Ja wohl nicht hier Dann müssen wir mal was kriegen tun Na Super gut aus bis jetzt Aua Ja genau Jetzt schießt man auf die da Ich muss nämlich drauf gehen Ui 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 So gut Ja 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 Bleib mal ganz ruhig Bleib mal ganz geschmeidig Ui 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 Müsste auch gucken dass wir unsere Troppen nicht verlieren hier Mörser Heed baut den Mörser ab Wir verschwinden von hier Wir verschwinden von hier Wir verschwinden von hier Der eine Panzer ab der Kalonide hier weg Der eine Panzer da Der eine Panzer Und mach die mal eben Au Weg Au Das war jetzt übel Und dann die Panzer sind noch alle an Oh 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 Wir müssen alle weg Ja und so gute Gegenoffensive gestartet Mann, 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 Mann Nicht schlecht So jetzt sind wir aber wieder Im Angriff Eindeutig So Sie wollen Die Beuge noch da Dann sind alle einfach noch da Ja, die hat auch gut gesessen Leider zu gut Autsch Wir haben einen Eroberungs- Die hat echt gut gesessen Eieieieiei Ein hin und her hier Oh, haben sie uns noch ein Panzer kaputt gemacht Ja Das hab ich jetzt auch gesehen Tick zu spät Mann, Mann, Mann Was für ein Fight hier Na Shit Ja Da ist der auch noch weg Böse, böse, böse Ja, krasses Spiel Was für ein hin und her das hier ist Das ist ja mal echt witzig Schnell, schnell, schnell Oh Ja Das war jetzt ein übler Treffer Da ist es Okay Ja, wir sind total ausgebrannt Das ist das Problem Manpower geht uns gerade aus Das ist gerade echt ein kleines Problem Elefant ist das, ne? Ja, was machen wir denn da jetzt? Wir haben echt das Problem mit der Manpower Das ist echt ein Problem Uiuiuiuiuiuiui Na, da noch mal hin, erstmal Ja, ja, ist okay Ist schon okay Geht euch, als wenn euer Lebe töte die Pasta Da haben sie schon was aufgedeckt Wie geht's? Fuhuiuiuiui Was liegt denn da? Panzerbüchsen, Panzerbüchsen Ja Hm Bringt uns jetzt gerade nicht so viel Geht mal weiter Zackig So Hier haben wir eine ganz gute Position Nein, nein, nein Nein, 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 nein Kommt dann mal wieder ganz schnell raus Ganz schnell So 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 Wenn wir denn nicht eventuell Oh Fuck Da geht das hin Na Hm Das Problem ist, dass hier überall Ja Überall Puh Jetzt haben wir zwar wieder einen Panzer Wir müssen uns komplett zurückziehen Ja Jetzt sind die da auch noch Ah Ah Benutzt eine Rauchgranate Scheiße Granate Kann man da irgendwas Ausrichten Na komm Sehr gut Und ran da Jetzt kommt sie weg Wir haben überall so viele Verluste Ah Pitter, pitter, pitter So, komm Hopp Das schafft man nicht irgendwie Kann das sein Ja Schon so Uiuiuiui Okay So So viel zum Thema Weckern bleiben Nicht da wieder rein fahren Weg fahren, weg fahren, weg fahren Weg fahren Der Elefant schießt auch schon Oh 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 Tja Total Ausgebrannt Gehört gleich uns Warte, 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 warte Tor Was wollen sie genossen? Was wollen sie genossen? Holy Shit Holy Shit Oh man, oh man Scheiße Macht Elefanten Was ist das nicht wahr mit diesen Shit gegen Elefanten? Was ist das nicht wahr mit diesen Auf den weg? Oh 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 Da ist er 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 noch einer Da kann er sich gut angehen Zif Nein Da machst du nicht viel Patsch Tja, wir können jetzt gleich noch einmal einen auskriegen, dann müssen wir weg. Oh shit, wir haben sich auch schon was angelacht. Tja, puh, jetzt gehen langsam die Möglichkeiten aus, jetzt gehen echt die Möglichkeiten aus. Hier ist nichts mehr zum Reparieren. So, auch da. Und wir finden einen, den man noch reparieren kann. Ach, so. Jetzt hat der natürlich schon die Liedesstaats erreicht. Verdammt. Hm. Wir bringen da natürlich nicht so viel. Ich bin gerade echt am überlegen. Eigentlich müssten wir jetzt noch mal gucken, dass wir noch mal eine Art hier bauen. Dass wir das Ding ausgekrampt haben. Da müssen wir erstmal hinkommen. Auf die Knete. Und dafür ist es zu spät. Das ist echt bitter. Ja. Kann ich auch. Ach. Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haben wir Glück, was das angeht. Hm. Eher nicht. Oder doch. Doch. So. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Das müsste klappen. Das ist sehr gut. No problem. Jo, 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 jo. Aber. Ich muss mal ganz schnell da rüber. So. Jetzt können wir nämlich die bauen. So. Ja, das ist uns jetzt schon wieder am Einnehmen. Schlamm, immerhin. Oh weh, oh weh. Näh, das wird niemals mehr was. Und vorbei. Aber wir haben uns hart, hart, hart gewehrt, denke ich mal. Aber die anderen mussten schon ganz schön schwitzen zwischendurch. Wir haben uns immer im Stich gelassen. Wir haben uns selbst im Stich gelassen. Alle haben wir im Stich gelassen. So. Vielleicht hätte man das mit der Artillerie wirklich früher machen sollen. Oha. Oha. Ja, da sind wir einfach zu oft, zu häufig in die Gegner reingelaufen. Na ja. Na ja. Aber irgendwie, ohne richtige Tendenz hat man schon so ein bisschen, ne? Also die Sowjets scheinen im letzten Patch echt verloren zu haben. Hm. Na ja. Ich hoffe trotzdem erstmal ihr habt soweit Spaß gehabt. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Auf behalt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.